So Leute, hier kommt ein Rokko draußen. Ey Rokko, was geht ab? Komm her, komm her. Rokko, komm her. Komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Komm her. Nein. Nur mit einer Hand oder mit einem Mund, whatever, zählt es uns nicht. Ja und das ist mein Hund, er schläft den ganzen Tag nur weil er blind und taub ist, naja zumindest hört er nicht auf mich und ignoriert mich, also gehe ich mal davon aus, dass er blind und taub ist. So passt auf Leute, ich hole jetzt mal so einen Hundeknochen und ich sag euch, der wird jetzt wieder aufstehen und Attacke machen. So passt auf. Bist du blind oder warum riechst du so? Guck mal, hier habe ich ein lecker, die Foto, ne? Kriegst du aber nicht. Wow, der war knapp. Hopp. Foto, du stinkst aus dem Mund, ne? Weißt du das? Kein Wunder, dass wir dich kestriert haben, du hättest sowieso keine Hündin abbekommen. Ja. 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 Schade. Tag. Guck mal, hier smitten. Ja. Ja. Grazie. Untertitelung. BR 2018